Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen... Ach, wir sind hier mit noch einen Achtung. Hallo! Ah, okay, das ist eine neue Map. Wie heißt die? Map Fortis, glaub ich, ne? Dreamy World. Ja, ich glaub gar nicht. Ich hab keine Ahnung. Wir spielen auf jeden Fall mit Dreamy World. Red mal kurz. Hallo! Ich hab's nicht. Ja. Kommt hier irgendwo das Eisen? Ja, hier hinten rechts, glaub ich. Äh, links, meinst. Ah, hier. Warten wir nochmal auf ein Eisen. Komm mal. Ja, mach das mal. Dankeschön. So, ich, ich geh gerne mal mit nem Schwert rüber. Ja. Denn dann kann man nicht schon mal schön klatschen. So, ich hab mal auch nochmal... Wie viel Blöcke hast du, hast du genug? 30. Ich hoffe, das reicht. Ja, reicht bestimmt. Und gestern kam auch eine sehr, sehr coole Bad Boss Runde. Die haben grad eben aufgenommen, deswegen sag ich gestern. Weißt du, wie für euch auch natürlich gestern war? Ja, ich hab Gold. Ich auch. Hier, nimm das. Was denken die? Was denken die, bitte? Okay. Los, direkt so rüber. Ja. Ich lege das Gold mit, ne, ich lege das Gold lieber mit. Ich lege das Gold mit. Ich komme, ich komme. Pass auf. Ich hab nur nen Spitzhacker. Ich mach das Bett weg. Der, die meinen wir hacken? Der hat mir Feuer auf in der Runde. Nein, ich bin tot! Als ob! Ich komm aber direkt. Ich mach mir einfach nur nen Spitzhacker. Mehr brauchst du ja nicht. Und bitte auf meinen anderen Hotkey. Oh Gott. Da ist noch einer. Ein blauer. Der in die Mitte jetzt kommt. Er hat mich runter. Er kommt zu unserer Base, aber der hat nix dabei. Ich hoffe, unser eigener Typ da, der hat den runter. Ich muss mit der Hand abbauen. Ich hab keine Handball. Ich hab keine Handball. Ich bin tot. Hat er ihn tot? Ja. Oh Gott, da ist unser Bett doch schon. Ich bin tot. Hieß einer! Schnell! Oh, alter, Schwieger ey. Ja, schön, wenn wir alles weg. Wo ist das Eis? Ach, kass mal. Ich werde noch. Was ist denn? Hä? Hä? Hört ihr uns jetzt wirklich schnell? Nein, hört mich nicht. Ja, ist mir schon klar. Oh, ne Spitzhafte ey. Ich hab das nicht normalerweise gesehen. Oh, diese scheiß englische Tissatur. Oh, dass alle immer denken müssen, dass wir hacken ey. Das ist mittlerweile schon langweilig geworden. Oh, richtig für Gold. Mitte! Mitte! Ja, ich kann nicht! Ich hab keine Ausrüstung. Ich hab den. Ich komme. Ich hab keine Rüstung an. Ich hab zu viel Gold. Ich geh wieder zurück. Ich hab neun Gold. Ja, mach doch. Ich geh da mal zu blau. Ich würde das aber ungerne alleine machen. Ja, muss ein bisschen warten. Ich hab mir das raus gesehen hier. Ich hab da mal gesehen. Okay. Ich hab da mal gesehen. Ich hab da mal gesehen. Nein, mein Hut geht. Ich hab da mal gesehen. Okay. Ich hab das Bett jetzt. Was? Ich hab da mal gesehen. Schnell essen. Essen. So. Scheiße. Mal kurz. Boah, die liegt bei dir. Schnell den. Ich hab grad ein Motorrad. Ja, ich hab Fenster auch auf. Egal. Alter Scheiße. Wer legt denn jetzt noch? Nur noch grün. Die blauen haben ja direkt erstmal ausgelöscht. Die meinen wir würden die ganze Zeit hacken. Ach da ist grün. Oh, die haben wir schon nicht mal rüber gebaut. Dann bauen wir es mal, ne? Ach, gelb ist ja gar nicht da. Ja, ach. Oh Gott. Deswegen baue ich natürlich mal zu grün rüber. Weil die haben ja eh nichts. Ja, mach das mal. Ich komme dann direkt mit. Ja, komm. Na, komm. Baue ich mal ein bisschen höher? Nein, sag mal einfach, wenn der hier vorne steht, hat ein Bogen. Dann ernsthaft, der überhaupt nicht kommt? Ach, ich gehe einfach direkt zum Bett, ey. YOLO. Dann sehe ich natürlich direkt die beste Spielsack gerufen. Ach, der ist alleine. Ach ja, der Arme, ey. Ach, Jan. Lass da, lass da, lass du alleine. Lass da, lass da. Ja, liebe Leute, da haben wir schon direkt die zweite Runde gewonnen. Ja, wenn es euch gefallen hat. Ich würde sagen, nein, nein, nein. Ich würde sagen, wir hängen hier eine Runde ran. Wir haben nur fünf Minuten. Okay, dann hängen wir noch eine dran. Dann bis gleich. Und vielleicht sehen wir auch keinen Jump League danach. Willkommen in der zweiten Runde, Bettboss. Wieder weg, ich gehe über. Dann baue ich das Bett schon mal ein. Nice and nice. So. Komm, heute noch. Ich will immer ein bisschen mehr haben, weil wir es nicht mehr haben. Ich will die Blöcke, also müssen wir mitkommen jetzt mal. Mit Blöckchen. Okay, warte, ich mache mir eben noch Spitzhacke. So, wenn man die Leute auch noch ein bisschen pisten kann. Yes. Eine Rüstung. Willst du auch eine Rüstung? Ja, warte mal, aber ich bin schon in der Mitte. Ach ja, scheiß drauf. Leg die einfach da hin. Nee, ich habe jetzt keine mehr gemacht. Wie viel Blöcke hast du noch? Boah, ich habe jetzt 15, 13, 12, 11. Boah, ich habe jetzt nicht mal drüber. Ja, einer. Ach, wir haben nur einen Gegner. Ja, komm, dann machen wir Rush halt. Dann zwei Gegner. Na, komm. Okay, er hat mich runter. Ja, ich bin noch da, aber ich habe nichts. Ich habe wirklich überhaupt nichts. Ja, ich habe auch nichts. Ich habe keinen Blöcke mehr. Baut er sich ran? Ja, auf jeden Fall ziemlich schlimm. Ich komme. Ja, komm mal. Der baut. Der baut nach links. Ich schau mal das Gold, mit dem das nicht geht. Okay. Ich schau ab. Ich schau mal ein Eisenschwert. Der kommt hinter uns her, bestimmt. Ja. So, ein Eisenschwert. Der geht nicht runter. Der hat kein Knockback, Alter. Der kommt hier rein. Was will der denn? Ich habe ein Eisenschwert. Du hast eben gesagt, ich mache mir ein... Ja, okay. Ich brauche auch noch was, ne? Ich habe nämlich gar nichts. Ja, ich habe auch... Ich habe nur das. Ja, du bist so schlau. Ich hatte auch noch auf mich achtest, was ich vielleicht kaufen kann. Ja, geh wieder in die Mitte. Ich brauche nicht mit Taco einfach und du rutschst. Ja, da brauchen wir auch... Ich habe keine Blöcke. Ja, sag ich schon. Ich habe auch kein Essen mehr. Scheiß drauf auf Essen, mein Gott. Nee, ich habe... Scheiß drauf, komm jetzt! Ich habe nicht Leben. Oh, Denise, das können wir direkt beenden. Wir brauchen dafür kein Essen. Ich will aber ein Blöck haben. Dann nehme ich wenigstens Blöcke mit. Der ist oben. Ja, ich werde sterben. Wo ist der denn? Ach, nein. Ja, in der Mitte. Was denn sonst? Wir müssen jetzt einfach mitkommen müssen. Scheiß drauf, Essen, mein Gott. Was wir brauchen, ist eine Spitzhacke und sonst nichts. Wie konnte der mich umbringen? Ja, wegen dir, weil ich nicht folgen konnte, ne? Komm jetzt. Der hat halt ein Schwert, das wir nicht haben. Ich hatte auch ein Schwert. Der hat ein Eisenschwert. Ja, das ist echt... Wir müssen das schnell machen, bevor der sich das aus dem Gold was gemacht hat. Ah, fuck, ich hätte fast auf die... Dingshoch... Ich wäre ja am Fallschaden wahrscheinlich gestorben. Ich habe einen, aber ich bin auf jeden Fall runter. Aber ich bin auch runter. Ja, egal. Nee, nicht so, egal. Ich hätte euch rushen können. Ich habe keine Blöcke mitgenommen. Nimm Blöcke mit, wenn du in die Mitte kommst. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt so gute Gegner sind. Wir bauen uns überhaupt gar nicht zum Eisen hin, ne? Ja, ich weiß. Ich habe viel Gold, ich werde jetzt erst mal einen Bogen holen. Und mich zum Eisen bauen für ein Schwert. Bleib du so lange in der Mitte, solange du aushalten kannst. Ich bin einfach wieder zu denen hin. Ja, dann versuch halt das. Ich bin tot. Ich habe den aber auch ein paar Mal getroffen. Ich weiß, was ich jetzt mache. Wir kriegen die sonst nie. Komm, ich muss nur Eisen machen. Ich muss nur einen Bogen machen. Ja, ich wollte mich doch jetzt gerade zum Bogen achten. Zum Bogen holen. Okay, dann gehe ich in die Mitte mit Bogen. Oh, ich habe 24 Stunden. Ja, wenn ich nicht mit gerechnet habe, dass ich jetzt einen Bogen habe. Nee. Ich habe acht Gold hier liegen. Ich bin zweimal die beste Rüste. Dreimal sogar. Mal außer sich. Diese Moss-Bereiche vor dir, ne? Ja, kann ich nix tun. Du und vorn. Okay. Nein, das mache ich jetzt. Ich habe zwölf Gold. Ich würde sagen, Ender-Perle rüber. Obwohl, die haben gar kein Gold, ne? Nein, wie denn? Es hat in Jammer ein bisschen was bekommen gerade. Der eine ist tot. Bitte Küp. Ach, keine Küp-Menschen. Ich stehe wirklich in eine Brust drin. Kommst du mit? Nee, ich mache von hinten Deckung. Okay, ich komme. Ich habe zwar zwölf Gold, aber egal. Schaffst du es? Ich habe keine Spitzhäcke. Ich habe einen, ich habe einen. Ich habe keine. Kauf dir eine. Sorry für Boast-Spamming. Okay, Mann, du hast dich auch gekauft. Wie herbergt man, wenn man machen würde? Oh! Das ist noch nicht falsch, ey. Der Ende ist durchgerannt, ne? Ja, egal. Ich muss hinterher. Ja, ich bin auch schon da. Oh Gott. Kann ich das noch ganz schnell... Spring am besten runter, damit du bei unserer Baseball sehen. Nein, ich habe Schwert, ey. Bis dann sind wir schon schnell da so. Ja, nimm mal Gatte Gold noch mit. Aber unser Bett ist ja eingebaut. Ja, der hat auch gar nichts, glaube ich. Du hast einen Bogen, oder nicht? Ja, aber der ist gerade hier in den Baum gegangen. Wo ist der? Hier. Oh Gott. Oh mein Gott. Nicer Dicer auf jeden Fall, ey. Das war... Boah, die waren echt gute Gegner. Dafür, dass die am Schluss nichts hatten, haben die uns noch... uns richtig noch geärgert. Das war's dann mit dem Video. Oh mein Gott, ey. Macht's gut. Lass doch einen, dass er da ist und macht's gut und tschüss.